Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren jetzt gleich mit den Kindern ins Indoor-Spielplatz. Die Kinder haben auch das sehr, sehr lange nicht gesehen, deswegen dachten wir, dann holen wir die aus der Kita ein bisschen früher ab und fahren direkt in den Indoor-Spielplatz. Wir müssen mal schauen, wohin genau. Ich habe, wir haben gleich 13.30 Uhr, ich mache jetzt meinen Shake, damit ich keinen Hunger kriege. Ich nehme auch natürlich meine Tabletten. Ich mache mir heute wieder den Erdbeer-Shake. Ich muss den Eiskaffee noch auspacken, den habe ich noch gar nicht ausgepackt, aber weil ich den Geschmack halt schon kannte und ich weiß, der schmeckt, wollte ich den hier probieren. Mit dem Erdbeer-Geschmack und der schmeckt echt super lecker. Das habe ich euch ja schon gesagt. Mit dem Erdbeer-Shake schmeckt es noch besser. Schatz, nur einen Schluck, wenn du nicht schlägst. Nur einen Schluck. Schmeckt ekelhaft. So nochmal lecker. Hä? Na, sag mal. Schmeckt das nicht wie die Milchschake? Schmeckt auch. Ich könnte davon wirklich am Tag mehrere trinken, aber glaubt man natürlich nicht. So nachdem ich das getrunken habe, nehme ich noch meine Tabletten, Vitamine und danach gehen wir los. So ihr Lieben, es gibt wieder mal ein Sheen Haul. Sheen arbeitet ja seit neuestem, nicht seit neuestem, aber schon seit einem längeren Zeitpunkt mit Motiv zusammen. Ich habe das früher immer als Motiv ausgesprochen, total falsch. Ja, und die haben total schöne Blusen und Kleider und, hast du nicht gesehen, richtig schöne Sachen, auch Taschen. Genau, die wollte ich euch mal vorstellen. Haben eine super Premium-Qualität, sind auch günstig für deren Stoffe, die die verwenden dafür. Wir fangen mit dem ersten Teil an. Ja, man sieht meinen Bauch, ignoriert das. Das hat, das ist so ein richtig schönes, beigefarbenes, cremefarbenes, so eine Bluse. Hat Ballonärmeln, richtig schön. Ich habe es in S bestellt, es ist mir zu klein, ganz einfach, hätte ich in M bestellen sollen. Aber wenn ihr die Bewertung anschaut, Leute, hat eine super krasse Qualität, wie das große Z bei uns in Köln oder Deutschland allgemein. Ich finde eins zu eins gleich Qualität, nur, dass die Sachen viel, viel günstiger sind. Und mit meinem Code bekommt ihr nochmal 15% extra. So ihr Lieben, kommen wir zum nächsten. Das ist so eine schwarze Bluse, hat hier so eine Ruffle. Ist auch wunderschön und das versteckt den Speck, ganz ehrlich. Da sieht man nicht so viel durch diese Raffung hier. Also ist auch, ja, man sieht das Bäuchlein nicht, sagen wir es so. Richtig schön, es hat so eine Samtoptik. Ist hundertprozentig, hat das eine super gute Qualität wirklich. Also ich kann euch die Sachen wirklich nur ans Herzen legen. Das ist so richtig, richtig krasse Premiumware, ehrlich jetzt. Also wenn ihr die Sachen mal bestellt von Motiv, dann werdet ihr es auch merken. Und es ist keine Billigproduktion, man merkt das auch direkt. Ich bestelle ja wirklich fast nur noch Motiv und bin super zufrieden. Dann haben wir hier noch eine Bluse. Ich habe alles mit der schwarzen Hose jetzt kombiniert, weil das am besten passt. Die ist auch wunderschön, hat sehr schöne Fledermausärmel. Richtig, richtig schön finde ich das. Die Farbe habe ich nochmal bestellt, aber in so einem Grau. Aber das passt mir überhaupt 0,0. So, und zwar meinte ich diese Bluse, die ist richtig, richtig schön. Hat so schöne Raffungen und der Hals ist auch total schön gemacht. Mega schön, man muss die Sachen halt bügeln, weil das aus Seite ist, aber wunderschön. So ihr Lieben, das ist das Kleid, was ich meine, das habe ich an Silvester. Ich finde das so, so schön. Es ist so ein Wickelkleid, das zieht ihr aber über Kopf trotzdem, aber hat trotzdem so eine Wickeloptik. Aber wie man sieht, sieht man nichts durch. Ist auch perfekt für die, die es nicht offen mögen, ganz ehrlich. Ich finde das super, super schön. Und jetzt kommen wir zu zwei Kleidern, die sind aber etwas eher für den Sommer, sagen wir es so. Egal. So ihr Lieben, da kommen wir zum vorletzten Kleid. Richtig schön. Dafür muss ich auch abnehmen. Ich muss für alle den Kleider abnehmen hier. Das ist jetzt Größe M. Und es sitzt okay, aber man sieht halt hier an den Seiten. Aber no problem, ich habe kein Problem damit, ich zeige es euch trotzdem. Genau, das ist das nächste Kleid. Hat hier so ein Bindegürtel. Perfekt auch für den Sommer, für den Strand. Das hat hier an den Seiten Schlitze. Richtig schön. Das werde ich auf jeden Fall behalten, weil ich abnehmen möchte, wie gesagt. Und das werde ich dann im nächsten Sommer oder im nächsten Urlaub anziehen. So ihr Lieben, kommen wir zum letzten Kleid. Das ist das hier. Und das finde ich auch richtig schön. Das vertuscht auch ein bisschen. Aber dafür muss ich auch nur am Bauch abnehmen. Oder man kann eine Corsage drum tanzen, ganz ehrlich. Ansonsten hat das ein bisschen Ausschnitt. Aber das war es auch nicht zu viel. Es ist nicht durchsichtig, was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil es keinen Unterrock hat. Ja, das war es auch mit dem Motiv Haul. Ist mal bei Motiv bestellt. Also bei Shein Motivsachen. Könnt ihr auch in der Sucheingabe eingeben. Ansonsten habe ich euch alles verlinkt, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Ihr werdet es nicht bereuen. Die haben Schmuck, Accessoires. Die haben Augenbinden zum Schlafen. Die haben Taschen, Schuhe. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und Halsbänder und alles mögliche. Da müsst ihr immer vorbeischauen. Und das meiste ist halt aus Seide. Und die Taschen ähneln sehr den Taschen von, wie gesagt, das große Zettel. Aber es ist halt viel, viel günstiger. Die haben auch mega viel Sale. Also ich kann nur sagen, schaut auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. All I ever need is here with you. Baby, it's a place where we can go. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Baby, it's a place where we can go. Where it's always shining like the snow. So listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, I can't get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, hold you tight. Cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me thanks. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I need, all I ever need is here with you. Baby, it's a place where we can go. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Baby, it's a place where we can go. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. You can't buy your way into my heart. But you don't see that I just want you. You get the things, but I don't care. Baby, there is a place where we can go. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Baby, it's a place where we can go. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Oh, 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 oh. So ihr Lieben, der nächste Tag. Wir waren gestern im Indoor-Spielplatz. Dennoch habe ich nicht mehr gefilmt. Wir haben Besuch bekommen. Oh Gott mein Auge. Wir waren aber gerade mit den Kindern in den Arkaden, da wollte ich euch mal zeigen, was mitbekommen ist. Es gab auf reduziertes 30%. Und zwar, ich sag euch jetzt den normalen Preis, dann könnt ihr euch das ungefähr ausrechnen. Und zwar hat das statt 18,59 Euro gekostet. Und dann die 30% halt. Das habe ich einmal für Lia mitgenommen, für den Sommer. Dann habe ich für mich Unterwäsche, Unterwäsche, noch eine Unterwäsche. Ihr wisst, wie dreier Damenslips sind. Dann habe ich für Lina, statt 10 Euro für 4,99 Euro, dann nochmal 30% dieses Sommer-Teil gekostet. Für Lia 1,59 Euro. Das. Für Lina 2,59 Euro. Das. Lina, nein, wir essen jetzt. Nichts Süßes, bitte. Dann für Lina, statt 15 Euro, 5,99 Euro. Das war nicht total süß. Das kann sie halt nächstes Jahr in der Schule dann anziehen. Dann für Lina, statt 15 Euro, 6,99 Euro. Kann sie auch in der Schule anziehen. Und als letztes, statt 14,99 Euro, 7,99 Euro. Und dann, da kommt halt extra nochmal auf alles 30% drauf. Ich habe statt, keine Ahnung wie viel, 32 Euro bezahlt. Genau. Einmal das. Das kommt mal kurz weg. Und dann war ich noch bei Lidl, zeige ich euch auch. Bei Lidl gab es aber nur Krimskrams für die Kinder. Und ich habe Lachs für Auge in den Kopf. Ich habe auch ehrlich Hunger, Leute. Sie haben mittlerweile 19 Uhr. Eigentlich darf ich gar nichts mehr essen. So. Und zwar wollte Lina die ganze Zeit diese Macaron-Herzen. Das hat sie letztes Jahr auch gesehen. Da gab es keine mehr. Deswegen haben wir die dieses Mal mitgenommen. Dann habe ich für die Kinder zweimal Penne mitgenommen. Also auch für uns natürlich diese Hörnchen Lina liefert. Warte kurz, ja? Ich muss kochen, Schatz. So, dann haben wir hier Cookie, Herzen. Also alles Valentinstitats-elastisch. Und dann nochmal diese Cookies. Eigentlich wollte ich diese andere Mac ins Mittel, aber Lina wollte dann die. Ich habe schon zwei Packen mitgenommen. Können die dann zwischendurch mal essen. Ich weiß gar nicht, wie dann die günstig ist. Aber egal. Dann habe ich sechsmal Schweigsahne. Dann zweimal fleischarme Milch für meinen Shake. Ich habe nur noch einmal Milch her. Und hier habe ich das auf Vorrat da. Multivitaminsaft gab es gratis. Oder? Schon wieder. Hier. Gratis durch die App. Dann Lachs. Das gibt es heute für Audet. Und ich kochen mir gleich was anderes an. Ich weiß noch nicht, was besser ladenlos ist. Es nehme ich echt spät. Nochmal Milch. Und der Rest dazu. Schlagsahne. So, ich mache jetzt für die Kinder schnell Mittel. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt 19 Uhr 13 und die sollen auch was essen bevor sie schlafen. Die haben nur eine Kleinigkeit in den Arkaden bekommen, aber die haben auf jeden Fall Hunger. So, ihr Lieben, ich mache hier gerade Hähnchenspieße. Ich habe jetzt gerade noch Gewürze die gerade. Das sieht jetzt nicht appetitlich aus für die Veganer, sorry, oder Vegetarier. Und zwar habe ich hier 500 Gramm Hähnchenbrust gewürfelt. Dann habe ich 150 Gramm Joghurt, eine Knoblauchzehe, Kurkuma, Hähnchengewürz, Pfeffer, was habe ich noch? Rotes Edelsüßpaprika und einen Teelöffel Tomatenmark. Das war's. Und jetzt mache ich noch das Gemüse. Ich gucke mal, was wir da haben. Und dann überlege ich mir, solange kann das schön ziehen. So, an Gemüse habe ich jetzt Champignons, Zwiebeln, grüne Paprika, rote Paprika. Das war's. Ich habe gewürzt mit Öl, Pfeffer, Hähnchen... Also gewürzt habe ich mit Hähnchengewürz, Paprikapulver, Pfeffer, Öl. Genau, das war's. Jetzt vermische ich das und danach habe ich hier Spieße gekauft. Die kriegt ihr überall. Und dann spieße ich das beides zusammen. Ja, das war's. Und dazu gibt's Reis. Ja. Heute zeigen wir euch von Hasbro Furial Go Go mein tanzendes Hühnchen. Und zwar ist das ein interaktives elektronisches Tierchen mit über 50 Geräuschen und Reaktionen. Übrigens ab vier Jahren, aber ich kann euch den auch schon ab drei Jahren empfehlen, weil Lia spielt auch gerne damit. So, Lina, dann zeig mal, was diese tanzende Hühnchen machen kann. Haushund. Genau. Und er draußen kommt. Die macht auf jeden Fall Geräusche. Ja, jetzt tanzt du für uns, ne? Also perfekt für die kleinen Kinder. Hallo. Gehst du spazieren? Hm? Ja? Dann geh mal spazieren. Mit der Lina. Tschüss. Genau, den wollte ich euch mal zeigen. Ich verlinke euch den unten in der Infobox. Der ist auch momentan runtergesetzt. Also, falls ihr noch ein Geschenk sucht, könnt ihr den gerne, könnt ihr den gerne verschenken. Ich finde die wirklich total süß und knuffig. Bist du zufrieden mit dem Hund? Ja? Der ist süß, oder? Besser als ein Haustier, ne? Ja. Ui, Bibi. Ist der Hund krank? Oh, der arme Hund. Die ist wirklich total süß, knuffig. Aber das Hund ist... Drei. Drei. Plus fünf. Was musst du jetzt machen? Drei plus fünf. Fünf Perlen. Und was noch? Drei Perlen. Ja, dann machen wir. Machen wir erst mal drei Perlen. Und jetzt fünf Perlen. Das sind vier. So, wie viel sind das zusammen? Das sind fünf, das ist drei. Ja, rechnen wir die mal zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau, dann schreibst du hier eine Acht hin. Acht? Okay, hatte die Ziele. Nicht da hin, Schatz. Also hier auf diesen Strich. Genau. Jetzt musst du... Mach die Perlen wieder zurück. Jetzt machst du acht Perlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Plus... Wie viele Perlen? Zwei. Dann nimmst du noch zwei Perlen. Wie viele sind das insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, dann schreibst du hier zehn. Wie geht denn ein Zehn? Eins und Null dahinter. Null dahinter. Nein. Die Null kommt hinter die Eins, Schatz. Da kommt die Null hin. Willst du malen, Lea? Willst du malen? Wir verabschieden uns jetzt. Genau. Weil ich mit Mama lerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Lea will auch noch mal Tschüss sagen. Sag mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihhh, das ist mein Pflaster. Ekelhaft. Haha.